Falls du denkst, du zögerst, ist dieses Video für dich. In Wirklichkeit zögerst du nicht. Du bist nicht zu faul, du bist nicht zu beschäftigt, deine Tage sind nicht zu gefüllt. In Wirklichkeit hast du Angst. Du bist deprimiert, du scheißt dir in die Hose, du hast Angst. Und was geschieht hinter der Angst? Was ist die Angst dahinter? Wir haben Angst zu versagen, wir haben Angst erfolglos zu sein. Wir haben Angst, dass jeder sieht, was wir für eine Niete sind. Wir haben Angst, 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 Angst. Und das ist oft verbunden mit der Angst zu versagen. Egal wo, Angst sein Diplom, sein Business, seine Investitionen zu verbocken. Wir haben Angst zu versagen und kritisiert zu werden. Und das ist alles. Falls du dir also sagst, ich bin faul, ich prokrastiniere, ich habe nicht genügend Zeit, dann bist du nur ängstlich. Schau deine Ängste an, kümmere dich um sie. Nimm dir einen Coach. Bist du ängstlich, dann regle es. Warte nicht, bis die Angst verschwindet. Sie ist immer da. Mach weiter.